Musik Ist das nicht ein tolles Wetter zur Zeit? Schöner kann ein Herbstanfang eigentlich nicht sein. Diese Sonne und diese frische Luft, die müssen Sie jetzt nochmal unbedingt so richtig genießen. Und wir, wir sagen Ihnen wie. Eine Dreiviertelstunde Tipps für Ihren perfekten Herbsteinstieg in Ihrer Nordtour. Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Wissen Sie, wo es jetzt ganz besonders schön ist? In der Lüneburger Heide. Dazu erfahren Sie heute einiges bei uns. Außerdem machen wir zum Beispiel einen Besuch im Müritz-Nationalpark und einen Workshop auf den Spuren der Wikinger. Und wir starten in einer der schönsten Landschaften Norddeutschlands. Wer den DARS einmal erlebt hat, der kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Und die besten Eindrücke, die bekommen Sie, wenn Sie mit dem Fahrrad einmal drumherum fahren. Einfach vor sich hin radeln, ohne Stress, ohne Gepäck. Das wird für Sie transportiert. Und so eine Tagesetappe von ca. 30 Kilometern, die schaffen auch Kinder. Und so eine kaufe. Also eine Woche. Vielen Dank.